hallo herzlich willkommen nun zur dritten folge am tag ja ist eigentlich habe ich mir pro tag eine folge vorgenommen ich bin jetzt kopien und mit mir wieder x-atom-x der kleine diesmal habe ich daran gedacht denn mit den namen zu sagen was hast du denn jetzt schon wieder hier war es mir gerade gefallen weil mich ein skelett abgeschossen hat hier hast du erst mal unsere leute begrüßt ach so hey das ist eine begrüßung hat 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 das klingt als würde dir gerade irgendein weib sollte was machen also bei mir sind jetzt hat irgendwie vier kreis explodiert ist okay ich werde dafür dass man gehen und pendeln geht gerade ganz schlecht ich war rekt und wir haben nacht ja das ist mein problem ja ich bin in der höhle dann wirst du aus der höhle rauskommen müssen ich darf nicht wieder tag also solche aussagen könnte ich manchmal erwürgen ja aber ist doch die wahrheit wie macht man eigentlich kürbiskuchen er hier noch zwei kürbiskuchen wollen ich eigentlich verarschen hier jetzt noch mal ein paar kürbis explodiert warte wie viele kürbis haben wir jetzt schon explodieren lassen der folge ich hier irgendwie kürbis von oder so noch einer am tag folge ist es jetzt schon die dritte heute ja klar mich greift hier irgendwie alles an eben wenn ich sterbe ich freue mich dann ich werde zu sterben ich habe noch zweieinhalb werfen ich glaube ich werde mich einbauen oder ich komme zurück gute fach 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 hier du bohr ich habe noch ein herz ein herz kürbis die regnen sich jetzt langsam nicht kommen wir mal zurück so wir haben 15 40 Kakao und dann gibt es meine tun das haben wir nicht mehr der Platz mehr ich schon wieder mit Ruhr voll wir brauchen unbedingt größeres Haus er als ich es kommen lassen oder nö ich mache jetzt gleich noch die Koppelfarm und dann gehen wir pennen das ist ja drückig und andersrum also den Plugin mache ich wieder runter ne den Mod jetzt zeigst du mir meine Death Points an das ist auch scheiße du kannst doch einfach mit M ausstellen da steht der Death Points aufstellen oder kannst du nicht mehr anzeigen oder egal das ist er war ein ja du musst ihn jetzt noch löschen und wie ähm 10 nee 10 man zieht ich glaube M und dann geht schon auf Wendor 1 wieder M Prozent Na toll dann Wendor 1 als gut ist er jetzt denke ich das mal toll jetzt sieht man das M achst du Wendor 1 dann er ist irgendwo Death Points stehen ich habe es ok 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 der labert munter weiter also echt der Zuckerrohr hier vorderbude nervt mich ich bin gleich zu Hause schön zu wissen ich baue gerade unser Zuckerrohr bis irgendwo anders an ja ich sehe dich schon da rumspacken Spacken 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 die ich könnte es noch kurz die Kisten und dann was immer diese Zeit die Lied weil ich gerade schreibe und die Erklärung gut zu gut er solltet das heißt wir haben die ich brauche Kiste mein Bauch oder so noch wenn man so das ist guck mal in die Kiste was ich gefunden habe gut das ist die letzte Folge ich check da noch mal alles durch YouTube Facebook Skype und so weiter da fange ich an mit Rändern ok und ich fange an die Komponform zu bauen ja jetzt erinnert ja klar außerhalb des Letztes wird nehmen ja aber ich hoffe so noch wie viele Minuten haben wir noch nur zehn Minuten ja der Schamstoff wohl eine Komponform zu bauen aber ich habe übrigens etwas kommen in die Kiste getan wenn ich würde ja vielleicht kommen wir gleich um um Kälte bei euch jetzt hier eine Koppel fahren hier wasser wasser nun das ist aber jetzt nicht irgendwo die Botanik oder nee ich mache sie da wo du mir gezeigt hat wo ich Koppel abbauen soll ach so dann ist gut ich will das Ding irgendwo in der Botanik stehen haben dann sieht man das wieder nicht mehr weg klar einmal ja toll da bleiben immer irgendwo Reste bei Lava bei Wasser ne aber bei Lava ok da musst du mal erst alles zubauen ok jetzt kann man in die Lava nicht mehr reinfallen entschulde ich mir das Wasser da wieder stell vor man ist so hobbylos und baut eine Schlucht nach Quatsch ein Kreuz das machen wir hier nicht oh die Koppel fahren das Funktionstich geht ja das ist im Großen und Ganzen unser Haus anfangen ok ich bin jetzt ich bin jetzt kurz den Koppel und dann kannst du mal bitte gucken ob wir Gravel schon haben ja haben wir ein paar wie viel äh ich schätze mal so acht Stück oder so zu wenig ja schon klar aber ich kann nur noch welche also ich hab schon mal zwei hm wir haben zwei aber ich kann noch ungefähr sechs besorgen ich hab hier ja ganz erstmal behalten ok ich will nur ein bisschen Gravel wofür brauchst du Gravel das waren unsere Wege du hält hast du den Gravel schon mitgenommen ja ja ich hab den schon mitgenommen ja ich hab hier ein bisschen viel da wo du mich Koppelfarm hingeschickt hast da ist viel Gravel ich bin er versucht sich zu kriegen ja aber weißt du das ich hab schon gebaut dass mir in die Lava nicht reinfallen kann ich wär jetzt da direkt reingerannt hätte ich es nie gesehen das ist die Lava ja ich hab Schwein gehabt ja du kannst da gar nicht reinrennen oh der Sache meint du das ist genug ja von Anfang reicht es erstmal die Fährstel äh 45 äh jetzt ein Steck und 34 und hier ist auch noch was so gut baut dass man mit irgendwas zu ja kommen genau den Stoff den wir brauchen fürs Haus heimlich ist ein paar Koppeln sterben doch ja eben genau doch okay ich bin ich jetzt um du bist ein Vogel ich kann ja rein schlagen der Vorrang und zu einer gut seine eigenen Let's Play was er legt die hoch und guckt die dann ich gucke bei meinem kurz rein hier ich geb dir mal den Gravel ich baue ich bei jeder Tür so 6 Kästel aus und du baust jetzt den Gravel rein hast du den Komi hier rausgeholt? ja ja ok im richtigen mit schon mal angedeutete wege dort sind das hätten sie haben wir in der mitte so ein das halten sehen eine mitte schule wo wir uns treffen können nein das hat einen anderen sind das wirst du schon sehen ja okay wie hoch soll es jetzt werden reichlich hoch sagen wir so zwanzig nun wird mir reichen für die oberste wir sehen eine müssen wir mal gucken ich habe das gezeichnet ja ich habe aber nur den grund ist so wie er jetzt steht gezeichnet habe ich nie wird toll warte ich gebe den anderen werden nein was würden dass sie in der mitte für einen sinn haben da kommen unsere schafe rein als haustiere sollten wir denn schulen rein tun was hunde oder ocelots nö da fand ich schafe irgendwie geiler da kann man uns auch ab und zu mal die balle holen warte mal mein arsch ist eingepennt das ist schon wieder vier stunden ja ne ne vier sind es noch nicht ganz hätte ja das ist auch so ein spaß dran ne ja voll getroffen hier fehlt auch gravier ja dann setzt es rein ich habe dir das gegeben so ist er er hat mich an ja da habe ich aus aus schluss nun so das wäre eigentlich die nächste aufgabe du gehen kabel sturm form du kreire kabel stunden holen dann aber einmal damit zum brennen keine kohle verschwenden dafür gemacht stunden ist das mit der boden solche schon wieder der war wohl gehen okay ich habe alles kommen die geben gibt mir koppel die entwicklung durch brennen kann muss jetzt ein bisschen konstruieren das heißt ich muss jetzt ungefähr wenn es die Koppel fahren und er hat einen langer ein Jahr und keine Ernstik das Recht nie wie viel denn reichlich sagt man so mit dem reichlich dann muss man so die Türe drumrum müssen nicht gucken wo nicht in Glas sein soll kommt nicht da nicht Köln über die Bude der Entwirkung reichlich sagt man auch viel ich will es ist der letzte Nähe das ist eine berechnet so viel Bock habe ich gemacht in UO wieder nicht als ob ich immer der Mathe mache natürlich kann ich ja so ein scheiß Kabel mit der Schaufel abbauen ich habe jetzt aber keine Lust irgendeinen Fehler zu hinterlassen dann vergesse ich den wieder wieder das ist oft passiert dann merke ich es erst am Ende und dann denke ich auch scheiße da wo jetzt kein Kabel ist soll in dieser Etage Glas rein hier in der Mitte das Ding wird vielleicht sogar komplett aus Glas da bin ich noch am überlegen ich mache bis mein Steinschaufel kaputt ist wir haben um genau zu sein noch eine Minute und acht Sekunden sieben 6 5 4 3 2 1 so weiter Köln aus dem genau das wollte ich mal gesagt haben im Kuh das ist ein Köln der Nürnberg ich versuche heute mal auf einer auf einem anderen Format zu ändern wenn es nur aufgefallen ist ich habe solche doofen Ränder am beim Rändern so 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 an den Seiten das versuche ich heute mal abzuschalten Alter wo setzt denn du überall die Kiste hin da wo Platz ist ich wurde es echt so kleiner ja jetzt die größere Worte es war ja eigentlich noch nie geplant bevor das Haus fertig ist dass ihr mitmacht nein nee jetzt schneller bauen müssen dann hättest du einfach zehn Folgen am Tag machen müssen ja genau weißt du wie viele Minuten das sind das sind 150 Minuten vor Held ne nicht immer doch 150 Minuten so mein Timer wird gleich wieder angehen und zwar um genau zu sein 3 äh jetzt so das heißt heute schluss und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder macht's gut Hallo wie wärs wenn du heute schon sagst achso tschau